Dann fangen wir mal an, an meinem Hauptrechner zu schrauben. Da waren wir in der letzten Zeit ja oft genug dran. Aus! Hier muss einfach bloß die Graka raus. Oh, geht sogar so. Da ist sie. Das müssen wir gleich noch mit Druckluft durch. Sieht aber gar nicht so verstaubt aus. GTX 610. Auch so ein Fehlkauf aus den Anfängen, als ich angefangen habe, selbst mal damit zu basteln. GTX 750 Di. Ach, was doch so alles rumsteht, wenn man den nicht offen... Und da brauche ich doch jetzt ernsthaft einen Schraubenzieher. So, jetzt drin. Hoffe ich zumindest. Ja, wie kriegt man jetzt da unfallfrei diese Schraube wieder rein. Okay. Was soll es gewesen sein? Kommt wieder der Moment. Ich stecke rein und mache zu. Digital DVI da. Mir fällt gerade ein, ich muss ein bisschen aufpassen, damit dieser Adapter von Typ C auf HDMI Typ A nicht irgendwann mal WCH weg ist. Hier passiert nichts. Hier sieht aber alles ganz normal aus. Damit verlegen wir jetzt in den Keller, gehen an den Drittrechner ran. Da kommt dann dieser Fehlkauf rein. Okay. Okay. Okay.